Und plötzlich sieht man Sarah Lombardi mit einem blauen Auge rumlaufen. Aber wie ist all das passiert? Die Influencerin zeigt sich immer wieder von ihrer besten Seite. Sie ist immer top gestylt und so präsentiert sie sich am liebsten. Doch auf Instagram hat sie plötzlich ein blaues Auge. Schnell haben die Fans sich Sorgen gemacht, aber eigentlich gibt es keinen Grund dafür. Denn sie hat sich einfach in der Badewanne verletzt. Der Duschkopf ist einfach gegen ihr Gesicht geknallt. Was zurückbleibt, ist ein blaues Auge. Also wurde sie nicht geschlagen oder ähnliches. Sie hat auch keinen Stress mit ihrem neuen Freund. Es ist einfach nur ein ganz normaler kleiner Unfall gewesen. Hoffen wir mal, dass alles schnell verheilt. Schaut euch mal bitte mein Auge an. Das ist so krass, ich habe es euch gestern schon erzählt. Ich hätte aber nie gedacht, dass es wirklich blau wird, weil es eigentlich auch nicht mehr so weh getan hat. Aber ich habe jetzt eine Salbe geholt und hoffe, dass es schnell wieder weg geht. Wie findet ihr das, was Sarah passiert ist? Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare und abonniert Check the Celeb, um immer up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Video und danke, dass ihr bis zum Ende drangeblieben seid.